Lord, Pizza! Okay. Dies hurts like, scheiße! Soll ich die mal spielen? Hier, ich mach mal Viper. Ich überleg noch. Ich überleg immer noch. Mach das. Nein. Ach, den hast du schon erkennt. Nee, ich hab ihn nicht gewählt. Ja, ich weiß nicht ob ich gewählt. Ist mir auch grad egal. Er will wohl die Wraise, du kannst... Du hast auf jeden Fall den ich spülen will. Das hat man so rausgehört. Hör mal nicht so. Nehm ich so nochmal. Hat ja gut geklappt drüben. Stimmt. Ja, weil der Charakter einfach zu gut ist. Der kriegt selbst so ein Noob wie ich das hin. Aber ich lerne dadurch gut mit Spray-Waffen umzugehen. Ich nutze im Moment fast keine Ahre mehr, oder? Muss man mehr Minigar mit dir spielen. Und dann... Und dann noch das von Brimstone, den Buff. Ja, kein Problem. Und das Magazin. Weg. Oh ne, du musst hier die... Die Kack-SMG nutzen. Die hat die höchste Feuerrate. Wo steht die Feuerrate? 18. Wollen wir schnell auf B? Und er hat sich mit dem Schuss. Ja, aber da musst du nur einmal klicken. Ich mach wieder eine Blend. Für den, der schnell kommen könnte. Und andere machen dann... Damit ein Fullschuss. Und du machst, ähm... Ein Magazin pro Schuss. Äh, pro Blick. So. Nehm ihm die Sicht. Finder. Egal. Natürlich. Bleint einfach, du hast die Bombe gemacht. Ja. Aufsteht. Er geht auch zurück. Und geht weg. Rechts einer. Gegner am Boden. Rechts ist auch da ein neues. Noch mal nach rechts. Beide rechts, beide rechts. Vorsicht, vor rechts. Lass sie kommen, Gis. Lass sie kommen. Die gehen anders rum. Einer links jetzt. Ein Gegner übrig. Der andere ist auch wieder rechts. 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 Chris kommt von hinten. Spiel auf Zeit. Was? Was? Sie denn weg? War so, ne? Hm. Der andere ist auch wieder rechts. Der andere ist auch wieder rechts. Okay. Puls ist wieder oben. Ja. Ja, 95. Passt schnell. 95. Der Puls. Der andere ist auch wieder rechts. Mhm. Jetzt können wir ruhig Ladens immer machen. Jetzt können wir sie jetzt machen. Lade nach. Ich bin gekauft. Lade nach. Stehle die Sicht. Das wäre natürlich gut, wenn wir jetzt gewinnen. Wie du die Kugel in die Brust reingedrückt hast. Wie du die Kugel in die Brust reingedrückt hast. Hast du geforst? Ja. Ja. Lade nach. Sorry. Hinter uns. Mitte. Ich sehe nichts. Grün. Was ist aus? Ich bin so low. Hast gepusht, ne? Dann. Ich dachte, du schuldest mich jetzt. Lade nach. Ein Gegner übrig. Ah, ich muss planten. 2-5-4-B. Ich hoffe. Noch mal schneller, Chris. Ja, ich schrenne. Wow. Wow. Geil. Gratis Skillpunkt. Steht das Scheißding da. Oh, Kevin. Lauf ich. Lauf ich. Lauf ich. Oh. 2-2-Wiegelassen. Ihr wisst, dass der auch irgendwann irgendwo. 15 Sekunden. Scheiß. 2 platziert. Ah. Scheiße. Okay. Macht mal Pause, Leute. Oh, er hat nicht geforst. Was ist denn? 4? Ich hatte 6. Weißt du, das ist unser Platin. Das ist wies. Dafür kann ich nix. Also dafür, dass die geforst haben, kann er nur einer von denen nicht kaufen. Brauchst du wirklich? Ja. Dies hat mehr als ich. Danke. Danke. Ich werde gern die Ultkugel holen. Ich auch. Echt? Ich bin schon wieder aufgedeckt. Warum wurde ich denn schon wieder aufgedeckt? Oh shit. Oh shit. Er ist gut gekannt. Er scheint dauernd zu sein. Ah, ne war mein. Zwei auf B. Das heißt, eine A. B ist tatsächlich dran, Chris. Da war doch einer. Ja, mann, ich wollte ihm helfen. Er war da eingeengt. Es tut mir leid. Es war natürlich unglücklich, dass in dem Moment da einer guckt. Wo war der denn? Short? Short. Ja. Das heißt, zwei auf B, eine A. Short. Wenn du mit Messer wies, bist du schneller. Okay. Noch 30 Sekunden. Ey, gut. Staff ist hier vorbei. Attacke. Ah. Nichts attacke, wenn ich seh's. Ich war geistig schon woanders. Äh, Kevin, das war glaub ich so, erstmal hatte ich die Cypher-Kamera erwischt. Dann glaub ich... Nee, die Cypher-Kamera hat unsere Racer erwischt. Die hat nämlich einen Pfeil aus sich entfernt. Okay, dann war's die Eule vom Nova. Und... Oh, Quatsch. Und dann kann der Cyber wieder... Ähm... Ping so nach fünf Sekunden immer. Dann noch einen Fall... Ähm, aus der Kamera machen. Was? Fünf Sekunden nur? Ja, also sieben, fünf, irgendwie sowas. Gut, dann kann's sein, dass auch die Kamera war. Über Short mal? Ja. Gegner gesichtet. Nehme ihm die Sicht. Gegner gesichtet. Stehle die Sicht. Oh, fuck. Ich hab 28 OP. Ich hab 28 OP. Was? Hier. Gegner gesichtet. Auf die Weg. Okay. Gegner gesichtet. Shit. Oh. Weg mit dir. Nicht gesorgt. Ich lass noch einer auf. Lass den Himmel leuchten! Oh, ein Lauf. Habe ich nicht vor. Ladung raus. Einer helfen. So, vielleicht kommt genug von B war es bis. Lolo. Zwei wahrscheinlich. Ah, bleib mal def, Junge. Ein Gegner übrig. On-Spot schon. Molly. Rauch im Anmarsch. Ich freu mich nicht weg. Puh. Was war das für ne Smoke? Die sollt ihr Gewissheit geben. Das geplantet. Das sind Diffuse meinst du? Äh, ja mein ich. Aber... Damit hast du sie doch gedeckt? Nein, da kann man ja sie durchsprayen an der Ecke. Dadurch von... Mich wundert, dass Lerner die überhaupt bekommen hat, weil die Bombe war nicht für long. Achso. Das dachte ich. Sie ist glaub ich in die Smoke reingegangen. Also war es tatsächlich sogar gut. Siehste, mein Game. Legen wir mal los! Nein. Hat jemand Geld über? Ja. Lerner hat genug. Lerner. Danke. Spike fallen gelassen. Hab den Spike. Willst du vielleicht noch mehr steppen? Wieso, ich steppe doch hier ganz hin. Ist halt doch keiner da. Ich hab Wand an. Kein Entkommen! Nein! Nein! Warte, hier stehen bleiben. What the fuck? Der hat sich gegönnt. Mal kurz. Ist der. Ich wollt doch nur ulten. Ulten? Sie werden sich beugen! Sie werden sich beugen! Sie werden sich beugen! Alles meins! Was? Was für mich? Noch 30 Sekunden! Achso! Jo! Mit dem zweiten Bildschirm. Ja, äh. Ja. Ja. Die Wand! Oh, ist am Arsch! 10 Sekunden! Noch 10 Sekunden! Noch 10 Sekunden! Gegner gesichtet! Ciao mit au! Plänt! Und sie durch! Nein! Wieso steht er denn dort? Wer macht denn dort was? Aber. War gut. Ulten! Meine Rauchwolke gibt uns genau die richtige Deckung. Ja. Zwei von uns können ich, drei von uns können ich full kaufen. Ich spare noch! Ich kann gar nichts. Ich spare noch! Ich spare noch! Ich, ich kaufe mir eine Pistole und mache damit meinen Killen voll bei. Okay. Wir sollten aber mehr, obwohl, das ist voll scheiße, dass wir Cypher und Killjoy haben. Ja. Damit ist beides scheiße. Wir sollten Mitte versuchen, tatsächlich. Ja, let's hear. Und das war Mitte. Wir haben Zeit. Nun. Okay, einer kommt jetzt vom Weg. 90! Ich habe den Kopf nicht getroffen. Campen am Alter! Nein, Mann! Doch nicht in dem Moment! Gegner getötet! Oh! Ein Gegner übrig! Lol! Neue Waffe gewonnen? Letzter lebende Spieler! Oh! Oh! 16! 16! Yes! Haben wir halb geforscht oder haben wir alle Ecke gemacht? Ich hab mir eine Shotgun gekauft. Aha, ich hab jetzt gefunden. Und schön vier Kugeln selber das Gesicht krank gemacht. Nach acht Jahren beschweren sich immer noch Leute, dass Leute in diesem Spiel campen. Vor allem campen, weißt du, wir stehen hier und er springt um die Ecke. Hä? Ja! Wenn er halt nicht rushen ist, dann spielst du nichts als... Regeln! Hier muss man schnell machen! Ich tu... Short mach ich weg! Durch! Mitte durch oder was willst du? Ja. Okay. YOLO! That's nice, Mann! Oh! Meine Mann geht weg! Meine Mann geht weg! Sie ist links. Bei B. Band geht wieder an. Ah, so ein Scheiß. What the fuck? Lade nach! Von hinten, von hinten, von hinten! Ne, egal, rauf da. Hier ist aber noch jemand. Cypher ist noch hier. Machen wir'n Tod. Ein Gegner übrig! Fuck! Kannst du noch mit dem Stand warten? Nö. Alles klar. Nicht ult. Geht mir aus dem Weg! Geht mir aus dem Weg! Geht mir aus dem Weg! Die Gleisenden passen diesen schnellen Toden. Geht mir aus dem Weg! Geht mir aus dem Weg! Ich versuch' ja ernst zu bleiben! Aber das ist halt was verschlafen! Oh no! Ich glaub' Mitte ist das Beste, was wir erstmal machen können. Ja, soll ich nochmal Short, äh, zumachen? Jo! Los geht's! Weiter so! Nun! Achso, ich dachte schon. Okay, die haben wieder Eiswind. Guck' ich mal weiter hin. Der steht auch dort! Wo genau? Ja! Da! Wir sind schon durch. Minus 60 oder so. Da sind wir aus 80. Fuck! 90! Wer hat dich denn ausgebildet? Links von dir. To it! Ah, hat abgebrochen. Bist! Überhaupt nicht geplant! Die Raze kommt von hinten. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten! Das ist dort, links in Klinx ist das! Da! Naaah! Close, einer! Sorry! Ah, sie hat die Bombe und alles im B. Schaut euch diese Turret auch noch unglaublich, oder? Hä? Guckt ihr in die Wand? Ich hab' keine gesehen! Hat ihr die Wand angeguckt? Kein Entkommen! Okay, so kann man auch nur Ultraschke. Ich würde sagen. Drei gegen einen. Der weiß nicht, wo der Gegner ist. Aufgelöscht! Und einen Gegner übrig! Für mich! Nie! Der guckt er sich das schöne Eis an! Was war das denn? Warte, wenn ihr die Kamera dreht, könnt ihr die Turret sehen. Ja, ich hab's gerade gesehen. Oh, die hat ja volle Übersicht, ja. Er hat vergessen zu drehen. Sie sehen einfach gar nichts. Ich werd den Respekt um... Doch, wenn du hochpuschst auf die Kisten, das könnte die vielleicht sehen. Mhm. Oder vielleicht hat sie ihre Turret nur als Boost genommen und ist da hochgegangen. Aber ich glaub, das geht nicht mal. Ja, nur mit der Eiswand glaub ich dann noch, ne? Wobei, doch! Der Eiswand kann ja jeder hoch, da brauchst du nicht die Turret für. Aber du kannst nicht auf der Turret stehen, sonst verbuggst du dich in der Ecke. Das ist mir schon einmal passiert. Go hard. Halle zusammen! Okay. Nehme ihnen die Sicht. Ich will noch die hier. Also, ich wuss besser anfrauen. Einfach durch. Einfach durch. Ja, Attacke, los. Ah! Okay, ist richtig halt, sonst haben wir keine Zeit mehr. Ich seh einfach nichts. Nein! Wie behindert! Ich war kurz davor, uns kaputt zu machen. Ah! Das war bitte. Ich weiß genau, wo ihr seid. Das war genau, wo ihr seid. Das war genau, wo ihr seid. Ein Gegner unten. Oh! Ah! Ich war kurz davor. Ich hatte Sichtkontakt und konnte schießen. Für Go hard mussten wir B machen. Dafür liegt da zu viel Spielzeug, ey. Ja, aber da haben wir den zu Hilfe, aber das ist auch scheiße. Der macht seine Dinger immer so niedrig. Der kann uns aber nicht auffallen. Der weiß nicht, wie die One-Way-Dinger gehen. Doch, weiß er. Weiß er? Oh, Schatz. Ja. Aber das ist egal, wenn wir alle durchrennen. Und seine Zahlen sind immer so tief, dass du drüber springen kannst. Brechen wir auf! Ja, welch Smoker ist, ist egal, was er macht. Ja, dann. Ja, er sieht uns ja, wenn wir das... Ja, aber dann bringt es seinem One-Way ja nichts, wenn ich eh hier alles absmogen bin. So meine ich. So, auf der. Ah, rechts in der Ecke. Ich hab mir halt echt einen Headshot gegeben. Oh, Scheiße. Ich hab ihn nullmal getroffen und er gibt mir nen Headshot wie die Scheißmaug. Wir müssen, ja, Mitte und langsamer. Okay. Gemeinsam werden wir sie unter ihren Vergehen begraben. Krieg ich ihn bisschen Beute? Danke. Kann ich wieder Short zumachen und dann können wir da... ... die da hinten wegslipern. Ist so. Ich komm vom B. Also, B, Mitte. Lade nach! Lade nach! Hoffentlich nicht glaub, dass da irgendwas ist. Lade nach! Erfüllt unsere Mission! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Ich hätte euch folgen sollen. Ich hätte euch doppelt folgen sollen. Oh, danke, die hätte mich jetzt gewarnt. Gehen wir auf! Gehen wir auf! Ich habe ihn... herrn! Ich hab ihn im Spike! Ich habe ihn im Spike! Nö, kannst du doch nicht filmen. Gegner gesichtet! Weil mein Auto fällt. Du bist noch nicht fertig. Bin noch nicht am Ende. Scheiße, 104. Wo ist denn der? Bei unserem Trailer wurde erledigt. Im Spawn? Aber da ist doch unsere Rays vor durchgegangen. Gegner entdeckt. Ich komme jetzt. B und Spawn. Oh, der lernt noch. Und? Ne. 30 Sekunden. Ja, wir müssen hin, ne. Ihr habt jeweils Ultis zur Sicherheit. Ach, Yolo. Achtung, gehs. Lass den Himmel laufen. Ne, lernen lässt es. Alter. Zeit hinter euch. Der ist low, der ist low. Ne, er ist auf On-Spot. Ohhhh. Boom. Nice. Hm. Letzte Runde in dieser Hälfte. Ich kann auch... War doch bei Lanula, der hat doch da durchgeschossen. Wenn ich irgendwie auf den Punkt kommen kann ich wohl... Ich glaube nicht, ich kann dir kaufen. Ja. Da liegt aber auch ne Waffe. So. Braucht wer irgendwas? Lade nach. Lade nach. Ne, nicht B. Oho. Miyaz. Ja. Mit dem Anmarsch. Mh. Mh. Der Sage ist close. Ja. Du musst dem Pizza helfen. Ich helfe kurz. Mann, ich wär hier gestorben. 134 hab ich der Sage gemacht. Wann gehen wir jetzt? Beide Fallen sind noch da. Killtroy hat noch ihr Ulti. Ich hab ein bisschen getroffen. Ich würd lieber Killtroy machen. Einer ist spawnen. Ach nee, das war ihr. Sorry, das war ihr. Noch 30 Sekunden. Vielleicht doch B? Oh Zeit. Du kannst das nicht machen Giz. Du hast keine Zeit mehr. Jetzt musst du rein. 10 Sekunden, du musst. Noch 10 Sekunden. Letzter lebender Spieler. Seifenwechsel. Ist der neu? Kennt der Killtroy nicht? Der hat irgendwas am Anfang gesagt, aber das hab ich nicht verstanden. Jetzt scheint es zu verstehen. Wer jetzt? Was? Achso, nee. Why would you not just run straight to B? Das ist aber doch tot. Oder nicht? Wahnsinn. Ich hätte bei mir glaube ich nicht genug Zeit gehabt. Oh, ich bin jetzt einfach selbstsicher nach B gegangen. Leander. Ihr wisst was zu tun ist. Guck ich so lange mit? weiter. Die rennen auch. A ist die Horde. Rauch im Anmarsch. Die sind schon drauf? Nee. Ich hab sie abgeschmackt. Pass auf Kevin, alle vor dir. Gott sei Dank. Ah, dieser Bot, alter. Der ist so stark in der Pistol-Runde. Ist das widerlich? Da war's vorbei. Spike platziert. Gegner gesichtet. Mach's gut. Gehen wir. Schön ist der. Ein Gegner unseres. Runde uns. Ist schon tot. Achso. Er holt sie alle. Die Turret hat einfach weg von mir geguckt. Also hat keiner gerechnet, dass ich hinter der Turret stehe. Achso. Da müsste erst mein Monolog benden. Tut mir leid. Ich brauch noch Ult als Quest. Oh. Weekly oder auch Daily. Mein Zeug hat noch nicht fehlgezündet. Echt? Fuck. Leander? Ja. Okay. Ja. Wir siegen. Wir überleben. Gehst du Mitte oder? Shit. Hier ist ne Menge, Leute. Hör auf in meinem Arsch. Nicht mehr. Ich mach Wand weg. Ja, die stehen hier alle. Nicht peaken. Oder die zu. Okay, wenn peaken, dann so. Abstaum. Nein. Ich hab drei HP. Das töt mich jetzt auch mal. Ich will die zu Chris werden. War das diese oder letzte Runde? Letzte. Ja. 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 Geh ich ihn mit den Beute? Danke. Okay. Ich hätt ihn bekommen. Auf jetzt. Step Speed. Ich geh aufzeiten. Geht ihn mitem an Bman Ich Bin ich mit ihnen. Hör auf. Shink mich an. Ich bin mit du 1983, glaube ich. Jetzt bin ich am Arsch. Nur One Steps hier. Sein Ernst. Da liegt ne Wendel. Nice. Ich dachte, meinst du's am Arsch. Hätte ich auch gedacht. Witz da. Du wolltest dein Held sein, oder? Wengen macht der Gs. Überwilder Shotgun. Zerqueps. Pizza? Pizza ist... Wenn du mal auf... die Karte öffnest, dann steht da Pizza. Mit dem Pizza. Weil da eine Pizza liegt, die dampft sogar. Genau. Echt? Das ist ne Pizzeria, aber deswegen dachte ich. Ja, deswegen auch. Und da ist auch ne Pizza. So. Aber dann wird das doch wahrscheinlich Pizzeria heißen. Pizzeria, aber das ist ein zu langer Name. Pizzeria, das ist B. Sag, wenn ich zu machen soll, der Hund? Ist schon zugesmokt schon, der. Ach so. Ich bin bei dir. Holy shit. Die kommen über Short. Das ist weg. Wer macht das dazu zu weit? Scheiße, Short geht durch. Oh shit. Ich bin gleich da, Leander. Ich bin gleich da, Leander. Ein Gegner übrig. Short. Dem habe ich 67 schon gegeben. Ich könnte messern. Nee. Lade nach. Oh mein Gott. Sorry, meine Ohren klingeln. Okay. Kann ich jemandem was kaufen? Ich habe Kohle. Braucht jemand was? Nee. Oh, jetzt habe ich meine Waffe. Warte. Ach, ich bin ja gar nicht gestorben. Nee, ich kann nicht meine... Aber du kannst mir dann einfach das hier kaufen. Ja. Der Dödel. Pizzatyp kauft leider selber. Komm, noch jemand Pistole? Lerender? Komm, du brauchst doch. Ich will mir etwas Chaos. Kann mir das jetzt ankommen? Perfekt. Step speed. Sie werden sich beugen. Rauch im Anmarsch. Molly. Kein Entkommen. Aha. Der Push-Buff in den Arsch. Haben sie getroffen? Rauch im Anmarsch. Hm, das ist jetzt unangenehm. Ah, der ist durch! Oh, danke. Aha, aha, aha. Bomen. Oh, nee. Ich wollte ein Messern. Ich bin einfach unsichtbar reingegangen, habe die Ulti kaputt gemacht. Weil hier die Wand war, ist mir einer entgegengelaufen und wir sind aneinander geraten. Und dann hingen sie beide fest. Schön. Die Wand war super, da konnte ich die super abcampen, wenn die rauskommen. Jo, kein Ding. Du bist nicht Sage. Aber ich mach auch ne Wand. Ich mach auch ne Wand. Ich mach auch ne Wand. Wie? Hm. Mach du Grundkurs, ich darf das. Nix B. Nehme ihnen die Sicht. Nehm nix B. Ich verschieb mal ne Runde. Oh oh. Na, wo ist er hin? Ich mach jetzt noch weh. Gegner entdeckt. Gegner entdeckt. Gegner entdeckt. Gegner entdeckt. Rauch im Anmarsch. Hast du hinter dir auf, Chris? Rauch im Anmarsch. Oh gut, ich hab ja keinen Headshot gemacht. Die könnte wieder belohnen, Sage. Noch 30 Sekunden. Oh. Oh. Der Spray-Master. Vipaco APK. Du bist so gut. Unser lebender Spieler. Moment, muss kurz nachladen. Shit. Der Gegner sieht nur zuversichtlich aus. Ihr Herzen verraten sie. Habt ihr die so hart geklatscht, dass sie rotiert sind? Hm. Abgesmogt und so, ne? Ich hab da Wände und dann hab ich nochmal meine Wand gemacht und meine, ähm, zwei Pfeil noch, äh, meine Giftinger noch platziert. Ah, die Pfeil noch. Ich wollte nicht mehr pushen dann. Nice. Also, ich mach besser abhauen. Ich mach sie kaputt mit meiner Old. Geht mir aus dem Weg. Lass den Himmel leuchten. So unfair, dass das geht. Ich hab ja... Schau mal. Wir machen Kevin und ich rückzug. Rückzug. Ich komm langsam von hinten. Chillt ein bisschen. Chillt ein bisschen. Geht mir dann... Noo. Wo sind die. Kann ich hier! Nee, ich bin auf dem Support. Äh, dan ner Seite. Also, 30 Sekunden. Ein Gramm im Boden! Ein . LOL Der ist on spot Ah, ist on spot Nice Operator Äh, äh Hier liegt zu viel Aber ich hab deine Gis hier Oh Gott, sorry Leander Alles gut Ey, ich wollt dem kaufen Kann mir das jemand kaufen? Ja Ich wollt grad fragen Warte, der Gis auf einmal ner Awe, ich hab dir noch ne Minigang gegeben Aber Gis ist ja gar nicht Sage Ich bin gar nicht Sage Traitor Traitor Ich vermute, dass die jetzt Um mich zu gucken, ich flash dich, obwohl jetzt ist eh zu spät Hätten wir geschafft Wo ist er jetzt hier? Wieso ist Gis jetzt alleine? Wollte ich mal ne Wand machen, dann kommen sie nicht durch Oh, shit Haben wir ja grad gesehen Da kommt ne Menge Im Anmarsch Ich versuch zu smoken Ah, einfach durch die smoke Einer ist durch Ah, er ist low Mach ihn durch Gehst du Tier Nein Ah Nice du Hast du sogar noch im zweiten geschafft dadurch Wie reparieren wir, was wir zerstört haben Meinst du ein Lerner? Nee du Ach ich Ups So, nächster Uprank Oh, was ist denn da? Plattformstatus Probleme bei der Anmeldung Okay Die Weltung deutlich verbessert Gab's ein Patch? Vorher ja Waren aber nur 80 MB oder so Nichts Mit Ich 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 Vielen Dank.